Noch ist Umbaupause im Diakoniemuseum Rummelsberg. Aber hinter den Kulissen ist einiges los. Die alten Exponate aus der letzten Ausstellung wurden abtransportiert, die Maler haben die Räume neu hergerichtet und die Verantwortlichen haben ihre Planungen bereits abgeschlossen. Die neue Ausstellung im Diakoniemuseum Rummelsberg heißt Fremde beherbergen – Geschichte eines diakonischen Auftrags. Anhand von historischen Filmen, Bildern und Dokumenten wird gezeigt, wie diakonische Einrichtungen in der Vergangenheit den biblischen Auftrag, Fremde zu beherbergen, interpretiert haben. Fremd, das sind nicht nur Flüchtlinge, die zu allen Zeiten der Geschichte vor den Kriegen dieser Welt fliehen und eine neue Heimat suchen. Fremd waren auch immer die wandernden Handwerksgesellen, Kellner im Auslandsdienst, Auswandererfamilien und wohnungslose Wanderarbeiter. Ihren Geschichten kommen wir in der Ausstellung in vielfältiger Weise auf die Spur. Und wir erzählen die Geschichte des Evangelischen Hilfswerks, das sich in ganz unterschiedlicher Weise den unterschiedlichsten Fremden annimmt. Neugierig geworden? Am 16. März geht's los, im Diakoniemuseum in Rummelsberg. Das ist die Geschichte des Evangelischen HilfswaIMS. Untertitelung des ZDF, 2020